Wie spielt man Völkerball? Beim Völkerball treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Jede Mannschaft besitzt einen König, der sich in das gegenüberliegende Außenfeld stellt. Die Mannschaften versuchen sich gegenseitig abzuwerfen. Dabei darf der Ball den Boden vorher nicht berühren. Trifft Spieler A Spieler B, muss Spieler B in das Außenfeld zu seinem König. Von dort aus versucht Spieler B, seinen Gegner abzuwerfen, um wieder in das eigene Innenfeld zu kommen. Sind alle Spieler einer Mannschaft im Außenfeld, muss der eigene König ins Innenfeld. Der König wirft die Gegner ab und versucht seinen Mitspielern den Ball zuzuspielen. Er hat dabei drei Leben. Sind seine Leben weg, hat die andere Mannschaft gewonnen. Viel Spaß beim Spielen! Er hat dabei drei Leben. 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 Er hat durch rotzene Sertziolo. Er hat einen nahmcialen Sertigung.